Willkommen Leute bei einer neuen Folge von der Mining WG, dieses Mal zusammen mit dem Weiße Wein. Hallöchen. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Und wir joinen einfach mal direkt auf den Server, der Sepp, der Sebastian, wollte ein paar Saplings, hier Rubber Tree Saplings von uns haben. Und da ich ja echt freundlich bin, gebe ich ihm welche. Oh ja. Du bist ja da, ne ne ne, von mir ne? Ja, ich komme direkt zu dir. Warte auf mich. Ah, Spinne. Ja, ich habe jetzt hier meine geilen roten Rubinenschwerter, aber ich schlage trotzdem mit dem Eisenschwerter zu. Und es ruckelt gerade irgendwie noch ein bisschen. Moment, ich glaube, wir kosten hier was. Gucken. Da kann ich einfach hier nochmal machen. Es ist Nacht. Oh, geil. Meine hier Zuckerrohr ist komplett nachgewachsen. Und dann kann ich mir wahrscheinlich vielleicht diese Folge schon mal ein Enchanting Table bauen. Okay, soll ich einfach mal gucken, ob du einen hast oder? Ja, ich habe einen. Aber du kannst hier die Bäume so abschlagen, dass über den Bäumen noch Blätter sind. Und dann kriegst du da wahrscheinlich Saplings raus. Okay. Hey. Alter, ich dachte, du wärst das. Hier ist ein Zombie. Nee, ich dachte, ich dachte nicht. Okay. Ja, so, äh, quasi Schnabe. Ding, ding, ding. Okay. Ich habe ein paar. Hier, pass auf, du machst das einfach so, weißt du, wie das geht. Also oben drüber müssen auch so Dinger bleiben. Ja, genau. Und wehe, du machst einen Fehler. Was dann, Junge? Kommst du dann zu mir? Leute, du hast schon Melonen, Alter. Ohne Spaß. Ich habe auch Melonen. Nein, ich habe gerade zu dir gesagt, ob du schon Melonen hast. Aber ich brauche keinen Melonen. Leute, ich habe einen Bambus von dir aufgehoben. Soll ich das wieder weglegen? Nö. Achso, doch. Schmeiß mal hin oder so. Äh, egal. Weil ich brauche das, nehm, sag ich jetzt. Ja, schickt. Gibt es mir jetzt den Zapting oder nicht? Achso, du wolltest nur einen haben? Ich dachte, du wolltest hier bei meiner Farm da ein bisschen die Blätter kaputt machen. Und das, was du findest, kannst du behalten, weil ich habe keinen Bock, das selber zu machen. Ich bin hier so ein ganz großer Bursche. Ja, ich muss meine Aufnahme noch neu starten, weil das meint natürlich wieder total zu failen. Ist mir natürlich leid. Boah, ich habe ja nichts Besonderes gemacht jetzt gerade. Alle immer mit ihren Aufnahmen fails. Und ich weiß, warum es liegt, dass es die Aufnahme stoppt, weil mein Mozilla Firefox die hast du abkackt. Warum hast du Firefox im Hintergrund auf? Ist die Frage. Weil, deswegen, egal. Ich mache nochmal Aufnahmen starten. Ich würde nie. So, ja, jetzt komme ich auch mal dazu. Ja. Ja, so bei mir gab es gerade einen Fail wegen Aufnahme. Es waren nur zwei Minuten, aber ich habe nicht viel gemacht. Nur meine ganzen Sachen kaputt gemacht. Okay, also mache ich dann ein paar Blätter von dir kaputt, ne? Ja, ja, kannst du ruhig machen. Denn, der liebe Tobi, ist so nett von uns. Leit mir oder schenkt mir Rubber Tree Saplings. Ja, ja. Denn ich brauche nämlich welche für meinen Plan. Wofür brauchst du denn die? Ich gehe jetzt in Industrial Crafts Mod rein. Und fange an mit dem Mace Rater. Ach so. Den habe ich glaube ich schon. Alter, drei übereinander. Geil. So, ich farm hier nämlich mal mein Zeug hier jetzt ab. Also, ich würde mal sagen, an Rubber mangelt es uns erstmal nicht. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, in was wir investieren sollen. Ob in Atomgenerator oder in Geothermal. Dass wir das dann halt so aus der Hölle teleportieren. Mit der, ja, gewiss schon. Oder ob wir das mit Solarpanels machen. Weiß nicht, was würdest du tun? Also, ich werde wahrscheinlich mit Solarpanels arbeiten. Obwohl ich also später natürlich erstmal mit Windmühlen arbeiten werde. Weil das eigentlich meiner Meinung nach am meisten Energie bringt. Weil es auch rund um die Uhr läuft. Weil Solar ist das Problem. Die laufen ja nur am Tag. Und die normalen Solarpanels bringen glaube ich 13.000 Energie pro Tag. Also pro Eimer, also pro, ja doch pro Tag. Genau, das war die richtige Aussage. Ey, was nochmal, nochmal, nochmal. Also ein Solarpanel bringt glaube ich 13.000 Energie. Also für einen Tag. Und eine Windmühle? Weiß ich nicht mehr. Ich meine mehr. Warte, ich google das mal. Und dann, du musst halt eben, es geht natürlich auch darum, wie hoch du die hast, die Windmühle. Ja, das ist ja kein Problem, die hochzubauen, ne? Genau. Das werde ich auch machen. Und ja, dankeschön erstmal für die Rubber-Sabling. Ich habe mir fünf Stück geholt. Das ist in Ordnung für dich. Ja, ja. Und ich habe immer noch diese scheiß Pfoffen. Ja, weißt du, wie man das ausstellen kann? Viel, doch. Nein, 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 wie heißt das? Dieses. Dieses. Fogvoxelplayer. Minus. Auf F9 kannst du das machen. Wenn deine Aufnahme nicht ganz zufällig auf F9 startet. Hat das aber irgendwie... Ich habe es ja umgestellt, aber irgendwie habe ich diese... Ja, das funktioniert bei mir auch nicht. Nein, ich habe diese roten Striche da. Ja, ja, das ist, wenn du F9 drückst. Also du hattest das ja auch umgestellt, ne? Deshalb habe ich das ja auch umgestellt, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Vielleicht noch auf F9. Boah, ich habe so viel hier Rubber, ne? Das ist mal nicht mehr normal, ey. Voll geil. Mir gefällt das. Okay, so. Naja, geil. Müssen wir mal kurz damit leben. Hier habe ich meine Hühnerfarben ja noch von letztem... Letzten Mal. Was hängt dir da einfach hier unten in der Erde ab? Das finde ich nicht gut. Lol. Ah, ich habe ja schon Geothermalgenerator. Hast ja recht. Mensch. Ich mache mir erstmal hier ein bisschen meinen Rubber. Rubber. Ach, das kommt ja ein Extractor rein. Mann, wie blöd bin ich denn? Ups. Tin. Möchtest du das für ein Kommentar abgeben? Ja, ja. Für das würde ich mich drüber freuen. Bist du wie Scheiße, ne? Dumm wie Kracke. Voll lustig. So. Ich baue mir jetzt hier, glaube ich, erstmal gleich ein paar Gerätschaften rein. Also, ich brauche erstmal einen Extractor. Ganz wichtig. Extractor. Ja, also ich werde in dieser Folge einfach mal so ein bisschen Dings machen. Ein bisschen nur so mein Haus. Ist ja voll einfach. Bearbeiten. Ah, der Knochen hat sich noch hier, genau. Oh, ich gehe gleich... Warte, ich pflanze hier... Ne, ich gehe gleich Holzfahren. Ach, diese Zeit, wo du einfach nur einmal draufdrücken musst mit Baummehl und das ist schon gewachsen. Ja, ne? Ich habe noch gar nicht so viel in der 1.5 gespielt. Das heißt, das ist für mich ein bisschen fremd. Okay. Ja, so ist das. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt auch das rauskommt, was ich rauskommen haben will. Was du rauskommen haben willst? Ey, holt da. War Schluss. Also, meine Folge wird heute ein bisschen länger. 20 Minuten oder so. Dann mache ich noch eine Folge aufnehmen, weil jetzt meine schwerste Arbeit heute geschafft wurde. Also, wenn ich es aufnehme. Jaja, morgen kommt bei mir die Deutscharbeit, wenn ich das hier gerade aufnehme. Also, jetzt nicht so sehr schön. Ja, ich muss nur noch eine Deutscharbeit machen. Und ich bin total gut in Deutsch. Und ich bin einfach Deutsch. Vielleicht ist es daran, dass meine Mutter Deutschlehrerin ist. Wir machen... Oh, sehr schön. Wir machen eine Redeanalyse. Lol. Hm? Hier wurde mein Fleisch geklaut. Ah, nee, habe ich immer im Winter. Ich habe alles zurück. Warte ums. Tobi. Nein, ich weiß nicht. War schon. Also, Essen habe ich genug. Da muss ich mich erstmal nicht mehr drum kümmern. Ja, Tobi hat letztes Mal zugegeben, dass er mir Eier geklaut hat und Hühnchen getötet hat und wieder gepaart hat. Ich habe sie gepaart, ne, also... Gepaart. Genau, warum sage ich gepaart? Also, mein Deutsch ist richtig gut, Ulze. Wenn du theoretisch brauch... Ja, also, wenn du... Dann ist er gut. Ich habe... Ich habe... Ist er gut. Das ist auch nicht schlimm. Nee, im Gegentausch. Also, ich brauche für das Zaubern, braucht man ziemlich oft dieses Wind-Symbol, ne? Und da das nur am kostengünstigsten oder eigentlich nur in Federn drin ist, würde ich mir gerne eine Hühnerfarm bauen. Die dann halt Eier legen. Die Eier werden automatisch aufgesammelt von einem Hopper oder von so einem... Irgendeinem anderen Viech. Ich komme auch noch in einer Eierfarm, aber wenn du willst, kann ich dir ein paar Eier dann immer geben, wenn du willst. Genau, das wäre der Deal. Und was kriege ich dafür? Äh, du hast Z-Plex bekommen. Ja, aber auf fünf Stück, da hast du meine Hühner schon getötet und wieder gepaart. Ach genau, ich wollte hier Kühe holen. Danke, meine Schaufel. Meine Schaufel ist kaputt. Okay. Ja, also, mein Land würde ich erstmal ein bisschen ebener machen. Die Hühnerfarm werde ich natürlich auch noch verbessern. Hier breit gerade ein bisschen Fleisch trinken. Und... Na, komm, wir machen mal mit. Ich habe keinen Cobblestone mehr, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann dir welchen leihen. Brauche ich nicht. Oder wollte ich jetzt immer angeben, aber dann, ne? Alter, ich habe so wenig Holz, ne? Ja, ein neues Huhn ist gespond. Willkommen in der Familie von Weißwein. Was? Ich habe gerade ein neues Huhn bekommen. Oh, schön. Dankeschön. Das freut mich für dich. Es ist so klein und süß. Und stinkt nach Käsemilch. Was? What? Vielleicht habe ich Uranium gefunden, oder was auch immer das ist. Es ist... Oh, was auch immer das sein soll. Oh, Natiz oder so, ne? Und ich werfe wieder ein paar Eier. Und es kommt diesmal keiner raus. Aber mit Ziz kann man die ein paar, ne? Ja. Sei sparsam mit deinen Eiern. Du kannst ja die Hühner gleich mal besamen. Habe ich gerade schon zwei Stück. Und ich habe ein Baby bekommen, yeah. Also nicht ich, sondern... Echt? Ähm. Ja. Wolltest du mich kontern, wa? Nee, wollte ich richtig kontern. Mich kontern! Ha! Ein Witzbold aber auch. Kannst du mal eine Kuh für mich spielen? Uuuh. Nicht so! Wie denn dann? Äh, wo ist dein Grundstück nochmal? Da, wo ich die Eier geklaut hab, ne? Nein, du wirst mich nicht schlagen, falls du das machen willst. Nee, du sollst in meinen, ähm... Hier, wo bist du? Da. Hast du meine Rubbertrees wieder kaputt gemacht, oder was? Nein, ich weiß... Lol, du hast einen... Lol, nein, pack deine Portugam weg. Nein, guck hier! Geh mal bitte da durch. Nein, man stirbt dabei, wenn man zu lange durchgeht. Nein! Du sollst jetzt durchgehen und gucken, ob du dann, äh... Bitte, geh mal hier durch. Ja, ich muss noch die Blöcke wegmachen. Aber weißt was, ich geh da jetzt selber durch. So, dann bin ich jetzt eine Kuh. Mu! Mu! Ich will da zurück. Okay, dann komm ich da zurück. Dann mach ich das, glaube ich, noch ein höher. Ja, ich will grad durchbringen. So. Terraforming... Terra... Terraforming... So. Ups. Ja, letzte Aufnahme war ja Fail von meiner Stimme. Jetzt, pass auf. Warum? Voll für Buck. Voll der Buck. Buck. So, da komm ich jetzt immer noch. Buck, Buck, baby. Hey, irgendwas hat meine Maus geschluckt oder so. Ach. Ach so, auf meinem Mauspad lag, glaube ich, irgendwas. Der ist das? Moin, das ist das Freak Miners. Ach so, stimmt, ja. Immer die Leute ohne ihren Minecraft-Originalnamen auf YouTube, ne? So, jetzt komm ich hier rein und... Ich komm immer noch zurück. Aber die Kühe sind nur einen hoch, ne? Ja, und so schlau sind sie wahrscheinlich nicht. Egal, dann geh ich jetzt mal Kühe holen. Jo. Das kommt mal da. Aha, Kühe holen. Geh, Kühe holen. So. Ähm, pennen geht ihr, glaube ich, jetzt nicht, ne? Also, ich kann können gehen. Ja. Weil ich hasse bei Nacht zu arbeiten. Geh mal pennen. Nee, geh mal pennen. Äh, ich lieg drin. Ich weiß, bis er drin liegt, weil ich muss einfach nur reinspringen, Rechtsklick. Ich bin quasi davor, ich liege quasi schon im Bett. Ja, dann geh mal rein. Okay. Ja, Strike, glaube ich, hab mein... Ups. Der arme Monster ist näher bei. Boah, Moment. Verstelle eben dein Bett oder so. Ich möchte hier nämlich nicht länger warten. Ich liege im Bett und schlafe. Ja, sehr, sehr. Danke. Ich hasse Leder. Zu sammeln. Leder hasst dich. Loll, er hat hier schon ne... Hä? Das gab manche Leute, die über die Rede schon aufgenommen haben. NTS. Hä? Was baut der denn hier? Er hat ja schon sich so ne Power-Rüstung, glaube ich, gebaut. Sieht so aus. Wofür brauchst du Kreosod-Eil? Oder ist das... Oder will er hier so... User, join your channel. Moin. Moin. Da, sicher komm ich dazu. Moin. Wofür brauchst du denn das Kreosod-Eil? Oder willst du da Coal-Coke machen? Ich mach damit nur Coal-Cole. Darum geht mir das eigentlich nur. Das kannst du hier gerne abzapfen. Ich brauch das nicht. Nö, ich brauch's auch nicht abzapfen. Komm in der Aufnahme. Wie teuer sind eigentlich diese Rüstungsteile? Die ist überhaupt nicht teuer, aber du musst die halt ziemlich teuer abquellen. Ja, ich probier mich einfach. Achso. Jo, was ist los? Nimmst du auch grad auf? Jo, sicher. Ich bin ja auf dem Server. Ist ja Aufnahmepflicht. Wär schlecht, wär nicht, ne? Ich müsste auch noch mal hier so ein Ender-Vieh töten. Aber ich kann meine Rüstung nicht anziehen. Kannst du ja mal anziehen, weil dann ist man relativ langsam. Für was denn? Äh, Ender-Pairn brauch ich für, ähm... Kannst du die doch craften. Ah, ich kann mir... Stimmt, ich kann mir Ender-Pairn craften. Habe ich auch so gemacht. Sonst dauert das zu lange, finde ich. Also so, dass die Ender-Männer-Farm. Wie geht das denn nochmal? Aus vier Eisen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Egal, werden wir dann schon rausfinden. Auf jeden Fall, hast du irgendwo schon mal Kühe gesehen? Ähm, ganz zum Anfang mal habe ich ein paar getötet. Ich wollte nämlich jetzt eine Farm bauen. Also Tobi, es war einfach so, ähm, auf der, ähm... Oben drauf auf den Bäumen muss ich die Blätter lassen, ne? Ja. Genau. Okay, gut. Ah, hier ist der Magiebaum. Der Magiebaum. Hier hat irgendwer Dirt gefarmt. Hat sich ja gelohnt. Ich bin runter, ich bin hochgegangen auf den Baum, hab ein Dingskab, ein Blatt kaputt gemacht, bin runtergefallen. Ach toll, jetzt habe ich vergessen, mir eine Axt mitzunehmen. Aber egal. Ich habe mir gerade eins zu viel gekauft, der Digger war nicht teuer. Von diesem Solenoid, oder keine Ahnung, wie das heißt. Bist du ganz spontan gekommen, oder warum bist du gekommen? Nö, ganz spontan. Ein Messerator. Und davor muss ich mal kurz in den... Nee, Recipe... Recipe... Recipe. Äh, ich brauche Copper Cable, dafür brauche ich Copper und Rubber. Ich brauche sehr viel Rubber. Wo bist du denn gerade? Ich? Ich suche nach Kühen. Mit meiner Portal Gun. Hehe. Jo, das ist auf jeden Fall nice. Also von der Idee her. Kommst am besten voran. Überleg mal, ich muss hier tausend Kilometer lang diese scheiß Kühe transportieren. Oder mal einen Tree Tap. Und ich möchte ja dann auch bald mit Soundcraft anfangen. Weil darauf echt viele Sachen basieren. Das Geilste ist ja, also was du übertrieben heftig nutzen kannst in richtig vielen Bereichen, ist ja, dass du diese hessischen Manneken hast, ne? Die alles für dich aufheben. Damit habe ich mich zwar noch nicht so extrem beschäftigt. Weil zum Beispiel, du baust einen Mechanismus... Ah, hier sind Kühe. Ganz viele. Nice. Ja, erste Kuh geholt. Zweite. Wie geil ist das denn? Gibt's doch gar nicht. Vier Kühe habe ich jetzt mal eben so hierhin geportet. Wie geil ist das denn? Ist gerade zufällig einer bei mir? Ja, ich bin in der Nähe. Kannst du mal gucken, ob bei mir die Kühe jetzt drin sind? Natürlich. Ey, das wäre ja mal so geil. Und? Das bräuchte ich doch noch ein paar davon. Ich gucke kurz, Moment. Kannst du ja auf Entfernung machen. Das sind die da in diesem Dreckhaufen wahrscheinlich, oder? Mal gucken. Ja, ist denn da drin? Ey, das ist doch mal so geil. Eins, zwei, drei, vier Stück zu drin. Ja, nicht töten. Nee, nee. Töten. Na, Spaß. Mal kurz das gucken. Wie lange machst du die Folge, Tobi? Halbe Stunde. Dann kann ich noch zwei Folgen machen. Und dann hat mir so Excel-Dokumente gemacht. Habe ich da gerade dem Sepp auch schon gezeigt. Mhm. Da habe ich mir so gemacht. Ich gebe ein, wie viel wie viel ich haben will an Warte, ich hole mir auch mal hier Schweine. Oder? Lohnt das? Nee, ne? Brauchst du eigentlich nicht. Also Rinder sind viel besser. Ähm, Jens, was für den Mod wirst du eigentlich beginnen? Ähm, erstmal mit dem Power äh, Armor Mod. Nee, und zwar, ich wollte gerade sagen, ich gebe ein, wie viel Solarpanels ich haben will. Mhm. Und, äh, dann kann ich voll easy. Und dann wird mir angezeigt, wie viel Eisen ich brauche, wie viel Tin, wie viel Redstone und so. Und das ist schon cool. Jo. Weil dann muss ich nicht mal so blöd rumrechnen, also. Für die faulen Menschen unter uns. Da konnte ich mal einmal mein Schulwissen anwenden. Weil ich habe ja in der Schule jetzt hier gemacht, wie man Excel und so eine Scheiße macht, ne? Ich weiß. Ich glaube, ich baue mir jetzt hier einfach eine Steinachse, geht ja auch. Okay. Ähm. Ja, voll viel, wir haben craften schon. Es nervt irgendwann schon. Ich habe jetzt ein bisschen was gefarmt, was geht. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal jetzt ein bisschen bauen, weil ich es schon ein bisschen gefarmt habe im Voraus. Mhm. Ich brauche nochmal dafür. Ich brauche dafür auf jeden Fall ein Maschinenblock. Also ich brauche acht Refined Iron. Ah, ich brauche acht Iron, also brauche ich noch ein Eisen. Es ist voll nervig, diese Magiebäume abzubauen. Jo, weil die so komisch sind, sage ich mal. Ja, ich hätte so gerne hier so eine Axt, so eine Ex of, wie heißt sie? Ex of, äh. Ex of Steam. Ja. Die sind so geil. Was bringen eigentlich diese Fächer? Ach, Quicksilver ist das. Nice. Jo, also diese Pflanzen, ne? Ja. Glaube ich, oder so. Sollte ich mir, äh, auch die, ähm, die Sets, äh, die, hier, die Blätter holen? Die Blätter nicht unbedingt, die Setzlinge, weil, aber die kommen extrem selten, also, dass du neu pflanzen kannst. Aber, ne, da gehe ich lieber in der Welt ein bisschen rum, ne? Geht ja auch. Wie viel Kopf habe ich eigentlich? Was denn, Kopf habe ich? Reicht das denn? Scheiße. Das reicht nicht. Wie viel habe ich denn jetzt? 21. Keine Lust mehr, das abzubauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche nämlich auch noch normales, äh, Holz. Ja, müsste reichen. Jawohl, reicht. Bams. Alter, wie teuer die Rüstung einfach mal ist, wenn du alles draufpacken möchtest. Äh, wie ist das eigentlich genau? Ich wollte dich da mal fragen, weil ich hatte eigentlich vor, mir Quicksalver, äh, mir Jujo Meta zu machen, weil daraus kannst du dir die aus all so eine Scheißonne machen. Ach, die jetzt kannst du dir daraus auch machen? Kannst du dir alles aus Jujo Meta machen. Ja, ich würde mir ja Diamanten aus Gold machen, ne? Boah, nice. Was ist denn hier unten? Geht das? Ja, du brauchst dafür diesen... Ja, den habe ich, aber ich habe dafür kein Rezept gefunden. Äh, also du brauchst dafür diesen roten Stein. Ja. Und dann musst du, ähm... Du musst ihn jetzt anordnen. Also du musst den Stein oben links anordnen. Ja. In den Quäftenfeld. Und dann, ähm, rechts davon ein Gold. Ähm, ganz in der Mitte von dem Quäftenfeld ein Gold in Gold und links davon. Also, sprich, einmal umwickelt den, äh, Stein. Also vier Stück musst du da hinpacken. Vier Stück? Um Diamanten zu bekommen, ne? Ja, um einen Diamanten zu bekommen. Ach, nice. Wie geil ist das denn? Ja, das mache ich nämlich auch, weil es einfach viel besser ist, weil du, Gold habe ich genug und das brauche ich eigentlich für fast nichts, außer für Gold-Cable und so, aber das mache ich nicht, weil ich direkt auf Glasfaser gehe. Jo, jetzt habe ich neuen Dears. Geil. Nice. Cheater! Cheater an die Wand. Aber ich hätte dazu kein Rezept gefunden, aber... Gut, ich brauchte sowieso elf. So, jetzt mal das. Jetzt brauche ich... Das Ding kann ich nochmal reinspringen. Ne, ist man mit der Rüstung irgendwie langsam und so scheiße, irgendwie? Ähm, ja. Aber... Später kannst du da aber auch Schnelligkeiten mit draufpacken, weil das ist halt so, das nimmt halt alles Gewicht, was du da draufpackst. Also könnte man theoretisch irgendwie einen Solarhelm anziehen? Ne, aber du kannst halt auf die Hose Speed oder sowas packen, dann bist du halt trotzdem ein bisschen schneller als normal, auch wenn du komplett alles ausgerüstet hast. Okay. Oder eine Quantum-Rose an. Okay. Oh, ich brauche ja dieses, äh, komische Holz hier, ne? Brauche ich denn davon, Moment? 1, 2, 3, 4, 6 Stück. Ich brauche genau 6 Stück, oder? Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann mache ich 6 Stück. Ja, okay, okay, gut. 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche nicht mal reichen. Meine Kohle da rein. Gut. Ähm, ey, hallo. Moin. Leute, was ist das für ein Arm? Das ist, ähm, meine Spitzhacke, meine Waffe, meine Taufel und meine Axt. So viel kann die, also lohnt schon, äh, ist dieser, äh, Dingens-Table denn teuer? Ja, dafür brauchst du den Emowild. So, danke für das Hand, ne. Den kann man sich da auch irgendwie craften, oder? Den Emowild weiß ich nicht, ob du den craften kannst. Ich habe mir den gesucht. Äh, widerlich. Ja, aber den kannst du nicht, ob Crafting musst du finden. So, na, warte mal, das geht so. Nein, ich habe das Gefühl. Ich kann dir auch gerne noch die, ähm, die Rüstung zeigen für das komplette, für ein Thumbnail. Die sieht nämlich auch verdammt nice aus. Ich komme nochmal vorbei. Moment. Mann, ey, ich kann doch nicht sein, dass es hier keine Bäume gibt, oder so. Oh, verdammt, ich bin fehl. Auf das Kupfer habe ich keinen Bock. Äh, Redstone. Scheiße, hat jemand von euch zwei Redstone, die ihr nicht braucht? Ich weiß nicht, kommt drauf an, wenn ich über einen Stack Redstone habe, dann habe ich es über. Soll ich gucken? So. Hier hinter dir. Oh, warte. Ey. Okay. Inbleiben. Mensch, ey, hier ist ja echt gar nichts. Wie lange geht eigentlich schon mal eine Aufnahme? Ach, sind ja... Ach, ich mache eine 3. Ich mache 30 Minuten Folgen. Ich auch. Dauert zwar Ewigkeit, Missionen. Wie lange geht es schon auf? Äh, 21 Minuten, 22 Minuten. Also ich schon. 24, ja, ohne den Fällen, aber... Naja, die mache ich nicht mit. Äh, Redstone, 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 hast du Redstone? Du hast 22 Redstone, darfst du von zwei Stimmen borgen? Ungern. Oh. Kannst von mir ein bisschen was sagen, wie viel brauchst du denn? Zwei. Ne, du hast noch 41 in der anderen Kiste. Ja, dann kannst du hier zwei nehmen. Dankeschön. Äh, wo packe ich die in? Scheiße. Ja, was brauche ich denn nicht? Ich brauche den Zapling nicht so. 1, 2. Dankeschön. Jojo. Du Schnorrer. Bin ich verhältert. Warte mal, ich brauche ein paar Forcefields im Mittag. Boah. So. Oh, hier sind Kühe. Alter, ich will die jetzt hier holen. Das ist ein Iron. Jetzt geh da rein. Gut. Machikos, das ist ein Iron für die ist. Und würde ich sagen, ist das auch schon so weit, dass ich dann... Boah, das ist so... Das macht so Spaß, hier reinzuschießen, ne? Das glaubt ihr nicht. Das ist so geil. Ich habe jetzt schon 8 Kühe oder so bei mir zu Hause. Okay. Ey, weißt du was? Ich gehe jetzt... Ich porte mich jetzt nach Hause. So, das zieht euch auch noch hier, genau. Komm, mach mal Kinder hier, Luder. Alter, sind hier viele Viecher. Alter, ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich gehe wieder zurück. Ups. Weg. What the fuck, Alter. Nein! Ich sterbe! Nein! Ich kann nichts machen. Oh, man! Mann! Tod. Fuck! Scheiße, wie mache ich das denn? Ja, sag doch mal, ey. Mann. Ey, das ist doch scheiße. Die töten hier meine Kühe. Überall sind Viecher. Ja, Mysterator. Booms. Ey, könnt ihr schnell schlafen gehen? Das wäre richtig nice von euch. Das wäre richtig nice. Weil dann logge ich mich aus und die Sklette verbrennen dann. Schiet da. Ja, sorry, aber... Okay, ich bin im Bett. Ja, und dann geht mal bitte kurz raus. Ich würde sagen, dass diese Folgen doch 25 Minuten passt schon eigentlich als Folge. Dann wende ich mal die Aufnahme und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme bei mir wieder. Vielen Dank. Jo, haut rein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Solche Kackdinger, ey, ne? Ja, das Sklette verpisst sich hier auch noch drunter, ne? Also so geht's hier nicht, mein Freund. So geht's nicht. So geht's nicht. Das ist nicht mehr lustig. Aber der Server läuft echt gut, ne? Also danke nochmal an Rockserver. Muss man ja mal gesagt haben, weil guck mal, du baust Zuckerrohr ab und da bleibt nicht mal eine Millisekunde das Zeug darüber stehen, ne? Passt schon. Das nenn ich mal hier Einsatz. So ist das Sklette jetzt weg. Ja, ist es. Ja, ich stell dann direkt gleich die nächste Folge auf, ne? Also. Ja, ja. Komm rein, wann du willst. Ich komm gleich wieder. Ja. Alter, ich muss jetzt hier mal ganz schnell, ähm, mein Gehege vergrößern. Was macht das? Ja, aber in welche Richtung, ne? Das ist hier die Frage. Naja, also ich muss mal mein Grundstück noch ein bisschen anders gestalten, ne? An die, die jetzt bei mir gucken. Aber scheiß erstmal drauf. Wie wo? Hm? Ach, Quatsch. Sieht zwar nämlich überhaupt nicht unordentlich aus, aber ist alles gut. Ja, jetzt geht hier mal weg, ihr Scheißdinger. Mann. Ist gut. Hallo. So, hier packe ich mal mein Zeug eben rein. Übrigens ist meine Hand so gut wie ne, äh, Dierspitzhacker jetzt. Voll geil. Kannst du damit Obsidian abbauen? Das weiß ich nicht. Okay. Äh, Kühe, hab ich jetzt? Aber rein theoretisch, ja. Wenn die so gut wie ne Dierspitzhacker ist. Weil ich musste dafür Diers reinpacken. Okay. Hm. Was wollte ich denn machen? Nochmal. Äh, ein Extractor, genau. Extractor. Naja. Das machen wir, äh, nicht nochmal kurz. Und dann, wenn ihr sehen wollt, wie das Grünstück vielleicht irgendwann mal besser aussieht, könnt ihr ja in den nächsten Folgen vorbeischauen, wenn ihr das möchtest. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich logge mich aus und dann tschüss meinerseits und jo. Jo, tschü. Dann, ja. Und dann,